Ich kann auch alle haben, ich bin der Quarterback, okay? Ja, aber auch nur, weil mein Vater der Trainer ist, oder was? Willst du das jetzt sagen? Und weil Joe sich verletzt hat! Oh man, Leute! Und jeder weiß es! Ihr benehmt euch echt wieder wie Kinder! Ich sag das nochmal! Schlagt euch bitte nicht! Scheiß Quarterback! Ihr könnt euch hinter der Sporthalle treffen und das da aus Waldövern. Sagt man, glaube ich. Waldövern! Waldövern! In Bad Dövern! Wir bald Dövern uns da rein!